Da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Haben wir gewonnen. Ey, warum wollen die mich kicken, Digga? Ja, mach mal ja. Digga. Ja, weil ich Rekrut bin. Ich bin besser im Rekrut als sonst. Was sind unten? Alter, ich hasse diese Shotgun, weil die hat kein Spray. Äh, die hat kein Spray. Also, keine Streuung fast. Die von GSG 9. Okay, FU ist gut. Äh, hä, hä, ich hab den da, ich hab den da dreimal. Bandit ist dahinter. Ja, ich hab den dreimal angeschossen. Männer Schrot. Please kick Fuse. Hier ist der Teamkiller. Keine Sorge. Kann man mich hingehen. Ja, gut. Nein. In einem Team, also du sitzt auf dem PS, das war ein Versehen. Trotzdem kickt ihn. Ja, ich glaub, du guckst ihn nicht. Ich glaub, ich fick dich. Ich glaub, du wichst ihn gut. Was? Ich wichse im Jude ein? Alles klar, gerne mal. Kann ich lieber Ibana haben? Das ist geiler. Was für Idioten. Confused, machst du. Mit 12 HP. Okay. 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 Ja, weißt du. Aber warum kommt da kein TS? Ja. Der ist unten. Nicht da unten. Andere ist unten. Da, wo du reingesprengt hast. Ja. Da ist er unten. Hab ich doch gesagt. Okay. Aber warum hat der Proliga? Proliga ist scheiße. Also die Zahlung Proliga. Proliga. Ich bin dir unnötig. Du kaufst für 15 Euro. Nur Klamotten, die weiß und gold sind. Ja, meine Waffe heißt Skorpion. Ja, klar. Hier, Ventoso. Guck mal. Das ist die Clan-Tarnung. Guck mal, so macht man das im Rang. Guck mal, so macht man das im Rang. Man weiß nicht, woher man hinpackt. Okay. Gut. Scheiße geworfen, aber... Lass mal nach oben. Ja, weiß ich doch. Ja, weiß ich doch. Lischen, du geiler Bock. Okay, geklaut. Okay, Ventoso. Okay, IQ. Hä, wie kann denn bitte IQ Tower sein? Ja, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht. Oh mein Gott. Wie Noob. Ne? Ja, Pech gehabt. Ist mir scheißegal. Sie ist einmal scheiße. Ja, meine Beine. Aber ich hab jetzt... Andy-Mam-Mann... Pesebrotchen. Ich weiß nicht. Seh ich nicht. Was ist das? Und welche? 308 oder... Also wir haben eben halt geguckt, ob wir 5,56 Millimeter oder 308er. Und guckt, wird anders geschrieben. Schön, dass ich für meinen Pudding keinen Löffel hab. Geil, oder? Wir haben eigentlich entschieden, 308 jetzt. Weil die geiler aussieht. Weil sie größer ist. Weil sie größer eben halt aussieht. Absteor. Ich liebe deinen Penis. Rook. Sie haben Rook. Und ich glaub noch Cabrera. Irgendwas so. Ich muss ja... Kuckel. Bleib mal stehen. Bleib einmal stehen. Wo ist denn... Andere Seite? Ja, das ist die richtige. Aber wo nicht... Mute. Okay, da ist nichts. Ich wollte nochmal gucken. Einmal so, Mann. Geht doch schneller. Habt ihr Smokes oder sowas? Ich nicht. Frost. Claymore. Okay, easy. Von hinten. Ja, aber von wo? Wird spoilt. Okay, sie muss ja drin sein. Okay. We'll see. Okay. Okay. EZ EZ Nimm mir mal wieder Blackbeard. Blackbeard, das hängt mir einfach, finde ich. Oder? Wie findet ihr, Blackbeard? Schreibt's in die Kommentare. Mediamarkt. Am und hin. Nichts mehr drin. Scheiße, Ella is better. I believe I can touch the sky. So I think about it every night and day. Everybody love you. Dann warte, das passt ihr. Ja. Nee, die Frau kann das besser. Du kannst das ja auf dem Mann stehen. Aber, ähm... Ich mag den Mann nicht. Glaube ich. Es passt nicht. Die Frau ist irgendwie geiler. Es passt einfach überhaupt nicht. Also mein Schild hat viel geholfen. Ich hab keinen einzigen Schaden. Bist du bei mir gerade unten? Ja. Ähm... Du kannst ja mal dort eine Terminal... Nee, brauchst nicht, brauchst nicht. Ich hab hier selber. Dahinter ist Käse im Halt. Ich hab hier so warm. Da ist nichts. Hier ist nichts. Guck. Hä? Wie dumm sind die eigentlich? Warum haben die eine Luke dort? Oh, das bringt die... ...bringt denen ja auch nichts mehr. Gut, dahinter... Hier ist auch nichts. Also, es ist jetzt. Ich mach. Machen wir gleichzeitig. Also, du machst. Okay, warte. Bevor du zündest. Okay, Echo. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hä? Von wo denn? Hä? Okay, die Leute hacken irgendwie. Finde ich. Du wirst jetzt verhört. Loll. Warum hat eigentlich... Echo? Loll. Viel Spaß. 4 HP. Wait. Aim das up. Nice. Okay, das war doch gut. Mit 4... Ja, gut. Ich hab einmal mit einem HP noch ein ganzes Team... Leider nicht aufgenommen, aber... Mit 1 HP. Ich hab besser. Äh, mit 4. Ich hab mit 1. Deine Tarnung ist ja auch schön. Für den Kopf. Ist bloß echt auffällig. Ah. Äh, ich glaub mit 2. Wollte ich. Ja, danke, Mann. Wir haben Alpha Pack. Ich hab ein Alpha Pack. Das machen wir mal auf. Und in der Zeit kaufst du es. Und dann, wie Mann, noch in dieser Folge... Nee. Du musst jetzt eine ganze Woche warten, bis ich das Alpha Pack aufmache. Wir sehen uns bei einer neuen Folge. Raymo 6 Siege. Ciao. Mit Ventoso.